Yo Leute, was geht ab? Ich bin euer TH-Boss und Rift-Boss-Gamer ist auch am Start, also ich TH-Boss, ich hab mein Bruder seinen Rekord geknackt, 5 Kills, ich weiß, dass es vielleicht nicht gut ist, aber für mich ist schon was erreichbar, weil ich, weil ich halt das Season 5 Kills geschafft habe und jeder, der mich supportet, tschau, abonniert uns und liked uns, tschau, und wer solche Videos...